Joel Echerton ist ein australischer Schauspieler, Drehbuchautor, Filmproduzent und Filmregisseur. Leben und Karriere Joel Echerton besuchte die Nepin Drama School in Sydney, bevor er als Darsteller im Theater und für Fernsehserien tätig wurde. Für seine Darstellung des Will in der australischen Serie The Secret Life of US wurde er für einen AFE Award nominiert. Zu seinen bekanntesten Rollen gehört die des Owen Lars, die er in Star Wars. Episode 2 Angriff der Klonkrieger und Star Wars Episode 3 Die Rache der Sied verkörperte Weitere bekannte Filme in denen er größere Rollen spielte sind gesetzlos die Geschichte des Ned Kelly und King Arthur. 2005 lieh er in dem Animationsfilm The Mysterious Geographic Explorations of Jasper Morello der Titelfigur seine Stimme. Im selben Jahr trat er im britischen Comedyfilm Kinky Boots, man trägt Stiefel neben Chiwetel Eliofor in einer Hauptrolle auf, sowie 2007 in dem Horrorfilm Whisper. 2009 trat er zweimal zusammen mit Cate Blanchett in Theaterproduktionen in Sydney und New York City auf. 2011 war er in Setting, dem Prequel zu Das Ding aus einer anderen Welt und dem Film Warrior an der Seite von Nick Nolte und Tom Hardy zu sehen. Im Jahr 2013 trat er im 3D-Kinofilm Der große Gatsby neben Leonardo DiCaprio auf. 2014 war er als Ramses II. in Exodus, Götter und Könige von Ridley Scott an der Seite von Christian Bale zu sehen. Zusammen mit seinem Bruder Nash Erchaton einem Stuntman betreibt er seine eigene Produktionsfirma, Filmografie. Als Schauspieler 1996 Loaded 1996 Race ISUN 1998 Praise 1998 Bloodlock 1999 Dogwash 1999 Erschiene Wilkings 2000 Witzige Leute 2001 The Australian Drop 2002 Star Wars Episode II Angriff der Klonkrieger 2003 Gesetzlos die Geschichte des Ned Kelly 2004 King Arthur 2005 Star Wars Episode III Die Rache der Sied 2005 The Mysterious Geographic Explorations of Jasper Morarello 2005 Kinky Bootsmann trägt Stiefel 2006 Smoking Aces 2007 Whisper 2008 Akolytis 2008 The Square Ein Tödlicher Plan 2009 Separation City Stadt der Untreuen 2010 Königreich des Verbrechens 2010 Die Legende der Wächter 2011 Wetting 2011 Warrior 2012 Zero Dark Thirty 2012 Das Wundersame Leben des Timothy Green 2013 Der Große Gatsby 2014 Filny 2014 Exodus Götter und Könige 2015 Life 2015 The Gift 2015 Black Mass 2016 Midnight Special Als Drehbuchautor 2008 The Square Ein Tödlicher Plan 2013 Felny 2015 The Gift Als Produzent 2013 Felny 2015 The Gift Als Regisseur 2015 The Gift we're going to Kelly Drehbuchautor , pedir L ministre Prof SARS